Just take a step, you'll never know what happens next, until you try to take it. A million reasons that you might live to regret, but you won't know till you've made it. Ehrlich, wertvoll und direkt. Mein Name ist Ricarda Berg und in meinem Podcast lernst du Landwirtinnen und Landwirte kennen, die ehrlich von ihrer wertvollen Arbeit erzählen und die Herausforderung familiengeführter landwirtschaftlicher Betriebe direkt ansprechen. Auf dieser Basis öffnen wir die Tür zu einer neuen Perspektive unserer Familienlandwirtschaft. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Direkt, Ehrlich und Wertvoll. Heute zu Gast ist Nino vom Kianina Hof. Hi Nino. Hallo, servus. Hi. Ja, wir haben uns heute einen ganz besonderen Ort für unsere Podcastaufnahmen ausgesucht. Wir sind nämlich gerade beide auf Malle im Urlaub. Genau, ja. Gott sei Dank mal. Ja, voll. Geht mir genauso. Wir sind an unterschiedlichen Orten, aber das Internet verbindet uns. Und ja, ich finde, da macht es mal gleich viel mehr Spaß. Nicht nur der Podcast, sondern irgendwie auch der Urlaub. Wie siehst du das? Ja, stimmt. Also die ganze Umgebung und auch mal die Ruhe, sich mal auch auf den Kopf einzulassen und sich mal jetzt mit beiden Händen zu arbeiten, ist schon ganz cool. Also mit der Aussicht auch. Und mal wirklich die Sommersonne genießen. Und das nicht auf der Weide, wenn man irgendwie den Zaun macht und das hat 30 Grad, sondern echt mal auf den Bull zu springen. Das ist schon das Besondere für mich, ja. Ja, cool. Nino, erzähl mal. Du hast ja jetzt gerade schon so einen kleinen Einblick in deinen Alltag gegeben. Wer bist du und was machst du eigentlich? Ja, ich bin der Nino, bin Österreicher, geboren in Graz, also in der schönen Steiermark. Bin 26 Jahre alt, bin Familienvater mittlerweile. Wir heiraten auch bald. Also meine Frau, die Shane, kommt aus Deutschland und hab die dann eingepackt und bin mit ihr auf die Landwirtschaft gezogen von meinen Eltern. Wir züchten da ganz spezielle Rassen. Also zum einen das Kianina-Rind. Das ist das größte Rind der Welt und ja, ein ganz besonderes Rind. Wir waren da die Ersten in Österreich, die damit begonnen haben. Und ja, jetzt mit über 16 Jahren versuchen wir die Rasse bei uns zu etablieren. Wir haben mittlerweile 50 Rinder und ja, seit gut anderthalb Jahren haben wir auch noch Schweine und Schafe. Bei den Schweinen haben wir so ganz besondere drei Rassenkreuzungen zwischen Schwäbisch-Hedisch-Durok und Iperico mit einer ganz besonderen Fleischqualität, die wir auf Stroh halten. Wir haben mega viel Platz und denen geht es richtig gut. Und dann haben wir eben auch noch die Schafe, die wir aus Frankreich importiert und ja, auch eine ganz besondere Fleischrasse. Also man sieht, du musst halt irgendwas machen, was die Leute cool finden, was du selber cool findest, damit es auch authentisch ist. Mit Direktvermarktung ist es eben das Wichtigste, dass die Qualität am höchsten Level ist, weil so bindest du deine Kunden. Ja, das stimmt. Ich glaube, das war es so mal kurz von mir. Ja, danke schön. Du hast ja jetzt gerade auch schon mal einen Einblick in die Werte gegeben, die euch als Landwirtin und Landwirt wichtig sind. Kannst du da nochmal einen Schritt tiefer gehen? Ja, klar. Also unsere Werte sind uns ganz wichtig. Wir versuchen, dass es den Tieren wirklich sehr, sehr gut geht. Also es ist wahrscheinlich, wenn man es jetzt ganz hart sieht, nicht mal 100% wirtschaftlich, weil wir einfach so viel ins Tierwoll investieren, Stroh, was auch immer, umbauen. Und bei den Preisen gerade ist das natürlich schon hart, aber wenn man sowas macht, dann soll man natürlich diese Werte auf keinen Fall vernachlässigen. Und was uns natürlich auch definiert ist, dass bei uns jeder transparent am Hof kommen kann. Also wir schließen niemandem die Türe, egal was es ist, auch wenn nichts gekauft wird. Das ist für uns jetzt nebensächlich. Wir versuchen einfach Landwirtschaft wieder ein bisschen brenniger zu machen, den Leuten auch zu zeigen, dass jetzt auch junge Leute trotzdem auch das machen wollen. Und ich glaube, dass es jetzt sehr, sehr wichtig ist, gerade auch in Österreich. Ich glaube, es sterben jeden Tag ein paar Bauernfamilien weg, die den Beruf aufgeben und sich was anderes suchen. Die jungen Leute gehen in die Stadt, weil sie einfach keine Möglichkeiten haben, zu Hause Geld zu verdienen. Und das sehe ich ein bisschen kritisch. Ist auch ein harter Weg, aber es ist auf jeden Fall machbar. Und ich hoffe, dass ich vielleicht auch jetzt hier in den Podcast ein paar junge Landwirte erreichen kann und sagen kann, ja, ihr könnt euch die melden, ihr könnt vorbeikommen. Vielleicht kann ich ein paar Tipps geben und es wird mir einfach mega Spaß machen und ist auch sehr, sehr wichtig. Also das ist, glaube ich, so jetzt mal ganz runtergebrochen unsere Werte, aber da gibt es sicher noch einige. Nino, wie wertvoll fühlst du dich? Ja, ich fühle mich schon sehr wertvoll. Natürlich braucht es auch, man muss sich selber kennenlernen, man muss wissen, wohin kann es gehen. Und das Wichtigste ist, dass man Spaß hat daran, was man macht. Und dann fühlt man sich selbst auch sehr wertvoll. Weil ich glaube, für jeden Menschen ist es wichtig, irgendwie auch so einen Stein hinzuhinter lassen. Also, dass man sieht, was man gemacht hat und das vielleicht auch an seine Kinder weiterzugeben. Und auch andere Leute zu inspirieren, das ist auf jeden Fall ein großes Thema für mich, wo ich auch sagen kann, ja, ich bin gut, so wie ich bin und ich fühle mich sehr, sehr wertvoll. Das heißt, du machst absolut dein Ding. Du nimmst jede neue Herausforderung an, weil du weißt, dass du authentisch bist, dass du deinen Weg gehst. Und du weißt auch, wofür du es machst. Du hast selbst jetzt eine junge Familie und du stellst deine Tiere, ihr stellt eure Tiere in den Mittelpunkt. Und das ist, kann man so zusammenfassen, eure Basis für die Zukunft, oder? Ja, genau. Also, wir sehen uns da nicht zu schade. Meine zukünftige Frau, die hat natürlich auch andere Aufgaben. Also, die ist auch sehr viel im Social Media tätig und, ja, macht auch viel am Laufsteg. Also, ist auch Model. Also, auch Landwirte können Model heiraten. Das ist auch ein Vorteil, dass keine Frau ein Landwirt will. Also, das ist ja auch völliger Bullshit. Ja, ich würde sagen, wir sind einfach wirklich sehr, sehr glücklich mit dem, was wir machen. Und wir schauen, was die Zukunft bringt. Aber ich denke mal so, habe ich eh schon gesagt, das Wichtigste ist, dass man das macht, was man gerne macht. Und ich hätte auch auf jeden Fall irgendwas Lukrativeres machen können. Ich habe auch eine gute Schulausbildung gemacht und bin auch sehr, sehr weltoffen. Aber das ist für mich jetzt nebensächlich. Also, ich will auf jeden Fall was machen, wo ich sage, okay, das macht mir zu tausend Prozent Spaß. Ich habe Visionen. Ich kann an mir selbst arbeiten und ich gehe jeden Tag mit einem Lächeln raus. Und, ja, da musste ich auch drauf kommen. Und oft war es ja so, oder ist es bei vielen so, dass man oft sein Glück gar nicht sieht, weil es vor der eigenen Haustür ist. Und ich bin dann auch immer weg von zu Hause nach Berlin, wo ich auch erscheinend kennengelernt habe. Und habe dann lange überlegt, was könnte ich machen. Also, als junger Mensch ist das schon sehr, sehr schwierig, weil du hast so viele Möglichkeiten mit Studiengängen, mit Ausbildungen. Mittlerweile gibt es einfach sehr, sehr viele Jobs, die dir angeboten werden. Also, es ist überall eigentlich Arbeitsmangel. Und da kann man auch sehr, sehr gut verdienen. Und das ist in der Landwirtschaft halt gar nicht planbar. Also, ja, das erste Jahr haben wir wahrscheinlich zero verdient. Aber das war auch völlig egal, weil wir gewusst haben, okay, wir haben eine Vision. Wir sehen Potenzial. Und wenn man Vollgas gibt, dann kommt es immer zurück. Also, das ist auch ein bisschen mein Lebensmotto. Das, was man gibt, das kriegt man auch. Genau. Und ich würde dem auch noch hinzufügen, wenn man eben den Mut hat, wirklich seinen Weg zu gehen und eben an das auch glaubt, was man macht, dann überwindet man eigentlich alle Herausforderungen, die sich einem so in den Weg stellen. Und du hast es eben auch schön beschrieben, man wächst daran. Und hat dann eben auch Spaß bei der Sache. Und, ja, das ist das Wichtigste. Absolut. Nino, wie wichtig ist dir Ehrlichkeit? Mal ganz direkt gefragt. Ja, Ehrlichkeit ist ein Thema für mich. Ich bin, das kann ich wirklich zu 100 Prozent sagen, ich versuche der ehrlichste Mensch zu sein, zu allen Leuten, aber auch zu mir selbst. Also, natürlich, gerade wenn man auch in der Landwirtschaft beginnt und es sieht dann alles sehr hart aus, aber dann auch wieder sehr schön. Also, es ist ein schwieriges Thema. Aber am Ende des Tages muss ja auch irgendwie ein Plus rausschauen. Also, da darf man sich auch nicht selbst belügen, sondern man muss da hart an sich arbeiten und auch an seinem Konzept. Und deswegen muss ich auch lernen, dass man jetzt nicht nur zur Familie, zu Freunden, zu Bekannten sehr, sehr ehrlich ist, aber auch zu sich selber, weil, ja, man muss auch schauen, dass man alle Rechnungen bezahlen kann und dass man was zu essen hat. Und das ist natürlich, wenn man da jetzt nicht ehrlich zu sich selbst ist und immer sagt, ja, das geht schon, das wird schon und dann am Ende des Jahres hast du immer einen Minus. Das ist dann etwas, wo man nicht ehrlich zu sich selbst ist und das hat auch dann keine Zukunft. Und deswegen ist Ehrlichkeit sehr, sehr wichtig für mich und ich denke auch allgemein für die Menschheit. Also, wenn jeder ehrlich ist, dann wäre das Leben auf jeden Fall viel leichter. Ja, das stimmt. Absolut. Und wie wichtig ist dir Ehrlichkeit auch im Austausch zum Beispiel mit den Menschen, die euch jetzt am Hof auch besuchen? Zeigst du da, also du wirst ja dann eben auch natürlich nicht nur die schönen Seiten zeigen, sondern die Leute da auch, den Leuten einen tieferen Einblick geben, oder? Ja, also ich denke mal so, bei uns ist es eben, wie ich auch schon vorhin erwähnt habe, wir machen alles sehr transparent, bei uns stehen die Tieren offen und wenn man den Hof betritt und die Tiere sieht und den Hof kennenlernt und auch uns als Menschen, dann sieht man auch, dass man da gar nichts verstecken kann, dass nicht nur alles positiv ist. Also, mit Tieren kannst du nichts planen, es kann jeden Tag irgendwas passieren. Du kannst und du musst eigentlich sehr, sehr spontan sein. Also, da ist es auch sehr, sehr wichtig, ehrlich zu sein und wir beantworten da auch alle Fragen und ja, dass da jetzt nicht alles rosig ist, das ist, glaube ich, das liegt auf der Hand und jeder, der ein bisschen was im Köpfchen hat, dem muss man das gar nicht erklären, weil er sieht das dann mit seinen eigenen Augen und der, der noch ein bisschen Input braucht, das versuche ich natürlich alles zu beantworten. Ich durfte euch ja auch schon besuchen und ich kann das bestätigen, also ihr habt einen sehr lebendigen Hof, also es entsteht halt überall etwas Neues und ihr macht da euer Ding und es ist wirklich schön anzuschauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, mein Papa sagt immer, wenn Leute kommen, das ist eigentlich schon eine gute Anekdote von eben bei uns wurdelt, in jeder Ecke, also jetzt nicht im Dialekt, also dass bei uns in jeder Ecke irgendwo Leben ist und das ist eigentlich ganz schön, weil wenn man Lebensraum schafft, dann hat man auch sehr, sehr viel Freude, wenn man einen guten Lebensraum schafft. Ja, euer Hof erinnert mich so ein bisschen an den Bauernhof von meinem Opa, der war natürlich schon Rentner, als ich ein kleines Kind war, aber der hatte auch alles und wir hatten auch einen riesengroßen Garten und das war immer so mein Highlight, wenn Sommerferien waren und ich bei der Oma war und ich mir dann immer aussuchen konnte, was wir denn jetzt kochen und wir sind halt im Garten und haben das dann halt geerntet und dann ging es los und ja, irgendwie, genau und das hat mich irgendwie, euer Hof hat mich irgendwie so daran erinnert und das war halt ein schönes Erlebnis. Ja, voll, absolut. Auch zu dem Thema jetzt, zu dem Bahnhof-Thema, wo es alles gibt, das war auch ein bisschen unser Ansatz, weil für uns das auch ein Thema war, wir essen, das ist jetzt auch eine ehrliche Sache, wir essen gern Fleisch und auch transparent. Also ich schäme mich da auch nicht dafür, aber ich muss schon auch sagen, dass für mich jetzt ein Fleischkauf im Supermarkt wirklich äußerst, also da muss es schon sehr brennen, dass ich mir jetzt ein Supermarkt Fleisch hole, deswegen haben wir eigentlich alles, was jetzt auf dem Bahnhof zu halten ist und dass man auch selbst vermarkten kann und selbst essen kann, haben wir versucht, wenn wir die Fläche haben, also selbst zu halten und das ist auch unterschön meiner Tochter dann auch gutes Fleisch zu geben und mit gutem Gewissen, also natürlich nicht in Übermaßen, aber so eins, zwei Mal die Woche sein eigenes Hoffleisch auch zu essen und der Tochter zu geben, das ist jetzt schon was sehr schönes für mich. Absolut, das trägt einen auch, also kann ich selbst... Ja, wie es auch früher auch war, ne? Genau, absolut, ja, mein Opa, der war zum Beispiel auch Schlachter und Metzger und Landwirt und ja, wir hatten halt immer auch unser eigenes Fleisch in einer sehr hohen Qualität, also der hat da wirklich noch handwerklich gearbeitet und das ist natürlich ein ganz anderes Erlebnis, auch dann in Verbindung mit dem ganzen Gemüse aus dem eigenen Garten. Das macht viel mit einem so, gerade wenn man damit aufwächst, definitiv. Magst du vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern, die vielleicht jetzt noch nicht so in der Tiefe verstanden haben, warum du jetzt nicht unbedingt in den Supermarkt gehst? Du hast ja das ganze Thema Tierwohl an deinem Hof schon mal beschrieben, aber wir haben uns ja auch schon mal tiefer gehend da im Kontext der Abhängigkeit landwirtschaftlicher Betriebe vom Lebensmitteleinzelhandel unterhalten. Möchtest du dazu vielleicht auch noch was sagen aus deiner Sicht? Ja, also ich würde jetzt niemanden verurteilen, der jetzt im Supermarkt Fleisch holt, weil es gibt auch im Supermarkt, denke ich, Formen und, ich sag mal, Labels, wo es auf jeden Fall auch nicht schlecht ist, wenn man da Fleisch holt, aber es gibt natürlich auch die Kehrseite und die ganzen Aktionen, ich finde, Fleisch sollte auf jeden Fall das letzte Aktionsprodukt sein, also ich glaube, jedes Fleisch im Supermarkt ist was günstiger wie im Ketchup, also wenn man es jetzt auf den Kilo aufrechnet und das soll eigentlich schon mal ein Warnsignal sein, dass einfach ein Lebenswesen im Sale ist, also das ist eigentlich völliger Irrsinn, weil ich glaube, vielen Menschen ist gar nicht mehr bewusst, die jetzt an die Fleischtäcke gehen, dass da jetzt mal ein Tier dahinter gesteckt hat, also dann wäre mir auch wichtig, dass die dann auch mal ein bisschen nachdenken, es werden wirklich Tiere getötet, um dann auch das Fleisch beim Fenster rauszuhauen und ich will gar nicht wissen, wie viel Fleisch auch weggeschmissen wird und ja, das macht den Handel eben, um zu locken und das finde ich natürlich, gerade weil ich sehe, weil ich selber schlachte und weil ich weiß, dass es nicht schön ist, aber es gehört mittlerweile dazu, dass man Tiere schlachtet und ja auch in großen Massen, aber wir versuchen da einen kleinen Gegensprung zu machen für die paar Leute, die wir bedienen können. Wenn ich auch ein bisschen jetzt auf die Qualität eingehe, ist das natürlich ein gewaltiger Unterschied, also ich glaube, ich traue mich echt wetten, wenn einer zu uns kommt, Fleisch holen und nächste Woche im Supermarkt ein Fleisch holt, damit dann niemand zu machen, sondern immer bei uns Fleisch zu holen, weil wir einfach versuchen, die beste Qualität daraus zu holen und ja, das ist im Handel ja gar nicht möglich. Das ist schon auch ein Aspekt, den man nicht vergessen darf, dass es finanziell nicht für jeden möglich ist. Ihr macht Kianinerinder und kein Bauernhof ist zum Beispiel auch mit dem anderen vergleichbar und deswegen fand ich das so schön, was du am Anfang auch gesagt hast. Ihr macht euer Ding, ihr habt großen Spaß dabei und es ist authentisch und ihr überwindet damit eure Herausforderungen, die sich euch in den Weg stellen und das kann ja eigentlich jeder Bauer, jede Bäuerin machen. Oder wie siehst du das? Ja, total. Also auch beim Preisthema. Am Ende des Tages ist es ja, ich mache ja was, was jetzt ein Stück Fleisch kostet, also egal welche Rasse. Es ist ja eigentlich wichtig, dem Dir die Wertschätzung zu geben und den Kunden, die jetzt direkt am Hof kommen, ein gutes Gefühl zu geben, die danach anrufen und sagen, danke, dass ihr das macht. Ich würde das eher so definieren, dass einfach auch die Wertschätzung von den Leuten, die das konsumieren, dann auch gegeben ist. Deswegen sage ich, man kann es eben schwer vergleichen. Jeder Hof ist anders, jeder praktiziert das anders und es sind auf jeden Fall Chancen gegeben. Darum sieht man ja auch, dass wir einen sehr guten Antrag haben und natürlich haben wir auch eine gute Lage. Das darf man auch nicht vergessen, wenn wir jetzt irgendwo mitten am Berg oben werden und du schon mal 30 Minuten da irgendwie durch wilde Forststraßen rauf hast. Das ist natürlich schwieriger als jetzt für uns. Auch heute, das Online-Thema ist ja auch, man kann auch jetzt eigentlich mittlerweile alles verschicken und es gibt trotzdem auch genug Leute, die sich vielleicht auch den 30-minütigen Weg durch den Wald auf dem Berg antun und ein Kilo Fleisch kaufen. Also wir könnten uns jetzt stundenlang unterhalten. Was ich auf jeden Fall sagen möchte, ist, dass es die Chance gibt für jeden und dass es nicht leicht ist, das will ich auch betonen. Das ist natürlich ein steiniger Weg, aber wenn man nicht beginnt, dann wird man es auch nie wissen. Genau. Es ist ja auch gerade so, was das Thema Wertschätzung in unserer Gesellschaft betrifft, es ist ja eine Generationenaufgabe. Wir werden das nicht von heute auf morgen schaffen. Das ist ja klar. Und so viel Ehrlichkeit muss halt auch sein. Aber wie du schon sagst, wir müssen anfangen. Und das fand ich auch so schön, das hat die Gabi Mürixmann zum Beispiel auch gesagt vom Aktivstall für Schweine. Am Anfang steht immer die Frage, was will ich überhaupt? Und wie war das zum Beispiel? Weil was bei euch ja auch super interessant ist, ihr seid jung, ihr habt den Hof, glaube ich, 2020 übernommen. Wie war das bei euch zu Hause, als du auf einmal mit dem Thema um die Ecke gekommen bist bei deinem Vater? Du möchtest jetzt Schweine halten. Ja, natürlich als Junge steht man da schon vor Herausforderungen. Es war bei uns natürlich auch die Gegebenheit, dass wir nicht allzu groß waren. Also wenn wir jetzt einen Mastschweine stattfinden mit 5000 Mastschweinen, dann ist das natürlich sehr, sehr schwierig, von einem Tag auf den anderen da jetzt umzustellen. Aber bei uns war die Größe eben so, dass eigentlich das Thema war, wir wollen mehr machen und wir hatten die Möglichkeit mehr zu machen und verschiedene Sachen. Und das hat dann meinem Vater auch erzählt, dass ich auf jeden Fall den Hof übernehmen möchte. Das war für mich auch immer klar, aber auf jeden Fall anders. Also wir haben ja, bevor wir das übernommen haben, war es eher ein bisschen Hobbylandwirtschaft und nebenbei. Und habe ihm dann eben ein bisschen meine Visionen in langen Gesprächen erzählt und es war nicht so ganz einfach, weil er natürlich von vielen Landwirten wusste, dass eigentlich der Weg nicht vorwärts geht, sondern eher zurück, dass viele aufhören und eigentlich die Möglichkeiten sehr, sehr gering sind. Und ich habe gesagt, Papa, ich sehe da einfach eine riesige Chance. Wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir mehr Produkte haben, um auch eine gewisse Vielfalt reinzukriegen. Dass ich mich sehr dafür interessiere, andere Tiere zu halten, dass ich sehr offen bin und dass es eben auch wichtig ist, ein anderes Auftreten zu kriegen. Also ich glaube, dass wenn man in der Direktvermarktung ist, muss man ja auch in gewisser Weise eine Brand zu bilden. Also man darf das nicht vergessen. Also das Auftreten nach außen muss auf jeden Fall stimmig sein. Und ich habe dann mit viel Überzeugungsarbeit und auch mit meinem eigenen Willen und das war auch alles mein eigenes Geld. Also mein Papa hat da nicht für mich bezahlt, sondern mir war das wichtig, alles selbst zu machen. Und dann hat er auch natürlich jetzt nicht die größte Entscheidungskraft, weil ich habe es einfach durchgezogen. Und jung und alt ist natürlich schon ein Thema, aber mein Vater ist ja auch ein sehr offener Mensch. Und natürlich sind mir auch seine Werte wichtig und seine Ratschläge. Und doch 40 Jahre mehr Erfahrung und ein guter Mix aus uns beiden. Also ein bisschen jugendlicher Leichtsinn und Ambitionen und Visionen, aber dann auch eine gewisse Bremse. Das ist sehr, sehr wichtig. Und ja, das ist uns zum Glück gut gelungen. Ich habe auch viel riskiert und einiges investiert, allein schon auch ins Marketing. Und ja, das ist innerhalb von ein paar Monaten sofort aufgegangen und es gibt natürlich Antrieb. Und mein Vater hat auch gesehen, okay, hier gibt es ein Potenzial, die Leute nehmen das an. Die Produkte sind in erster Linie wirklich supergeil. Also wenn du das schon mal irgendwie hinkriegst, dann geht es auf jeden Fall nach vorne. Also da bespricht sich hoch. Also das ist jetzt nicht so, dass es unbemerkt bleibt. Also ich habe es gut hinbekommen. Ja. Also du sagst auch, Qualität ist eine ganz wichtige Basis. Da muss man sich auch... Die wichtigste. Genau. Hervorheben. Absolut. Erzähl mal ein bisschen was über euer Branding. Wie war das denn so? Wie seid ihr das angegangen? Die Basis dafür, die haben wir heute schon sehr ausgiebig besprochen. Aber wie hast du das gemacht? Erzähl mal. Ja, wir haben auf jeden Fall schon eine super Qualität gehabt, aber eben das Auftreten nach außen irgendwie in etwas Geradliniges in der Brand, also Marketing, das gab es nicht und bin dann durch Zufall zum Hof gekommen, die so etwas Ähnliches machen. Der K.P. Händelhof, die züchten Presshühner und vermarkten die auch direkt und ich fand, ihr Marketing, ihr Branding auftreten oder Auftreten nach außen fand ich einfach ultra spannend und habe dann mal gefragt, ob ich vorbeikommen kann und dann haben sie mir eben den Erik empfohlen von der MUA-Agentur und das war eben auch ein Zufall. Und dann habe ich ihm auf jeden Fall geschrieben und habe gesagt, ja, irgendwie sieht es aus, ich finde es cool, was du machst, kommst mal vorbei, guck dir das an. Und er fand es dann auch ultra spannend. Und wir haben dann echt, ja, ein paar Tage verbracht und was er sehr gut gemacht hat, war eben, dass er genau gesehen hat, was uns wichtig ist, wie wir leben. Er hat diese ganzen Stimmungen aufgenommen und ja, das Endprodukt war einfach wirklich super und wir kriegen echt super Feedback und ja, das Allerwichtigste für mich war, dass irgendwas entsteht, also dass man sieht, okay, ja, das hat Hände und Füße, also das hat er super hinbekommen. Das war aber auch schon viel Arbeit und ich glaube, wir haben fast ein halbes Jahr oder sogar acht Monate gebraucht, um das dann wirklich online aufzusetzen, also mit Homepage, mit dem Logo, mit den Visionen, die wir haben, was wir noch alles machen wollen. Das muss ja dann auch schon ein bisschen zukunftsorientiert sein, weil wenn deine Brand nur auf zwei Produkte ausgelegt ist, ist es natürlich sehr, sehr schwierig, dann irgendwie was zu erweitern. Aber ja, danke nochmal an Eric, dass er das so gut umgesetzt hat und dass wir echt jetzt eigentlich am Hof alles machen können, was wir wollen. Also wir können, glaube ich, sogar Kunstgemälde verkaufen und unser Logo da drauf haben. Also das ist schon was sehr, sehr cooles, aber ich glaube, da sind wir auch ein Unikat, also ich habe das jetzt so noch nicht woanders gesehen und da kann man auch sehr stolz drauf sein, dass man da vielleicht auch als junger Landwirt oder mit meiner Frau natürlich auch, ja, neue Maßstäbe setzt und auch mal zeigt, dass man auch eine coole Brand aus dem Hof machen kann. Das muss jetzt nicht immer nur ein normaler Hofland sein, was ich jetzt nicht verurteile, aber man kann es auch noch ein bisschen trendiger machen und ein bisschen ein Lifestyle-Produkt zu erschaffen. Also das ist wichtig für uns, ja. Genau, individualisiert. Genau. Ja, das kann auch nicht jeder machen. Also es hat zu uns gepasst, ne? Also wenn wir jetzt einen anderen Hof hätten, hätte vielleicht einen 24 Stunden Hofladen mit Gemüse und alles, was im Hof kommt, vielleicht besser gepasst. Aber bei uns hat genau das so, wie wir uns das vorgestellt haben, perfekt gepasst. Und das ist einfach das Team, das wir da gerade das Brand im Betrieb voll erreicht haben. Ja, es ist super authentisch, es ist klar und was ich auch allgemein in diesem Kontext immer sehr wichtig finde, ist, wie blickt man zum Beispiel in 20 Jahren auf so eine Marke zurück? Wo wollen wir hin? Wo wollen wir als Betrieb hin? Wofür stehen wir? Das Ganze ist natürlich auch was Avantgardistisches, wie du auch schon sagst, ist nicht für jeden was. Aber ich finde es hier in der Landwirtschaft eigentlich auch super wichtig, weil man ja auch eine Vertrauensbasis gegenüber seinen Kundinnen und Kunden oder der Gesellschaft insgesamt braucht, weil man ja nachhaltig in Tierwohl investieren will. Das sind Dinge, die für die Landwirtschaft völlig neu sind. Aber deswegen finde ich es halt so wichtig, am Anfang erst immer so den Menschen im Mittelpunkt zu stellen und sich damit auseinanderzusetzen. Ja, was will ich eigentlich für meinen Hof? Und ja, witzigerweise eine Freundin von mir hat mir nämlich seine Arbeit gezeigt, also hat mir Websites geschickt und so. Und da wart unter anderem ihr dabei. So habe ich euch kennengelernt. Genau. Wir haben da echt viel bewegt und ich glaube, wenn der Erik nicht gewesen wäre oder wenn ich ihn nicht kontaktiert hätte, dann wäre einfach vieles nicht zustande gekommen, so wie es jetzt ist. Und da sieht man einfach, dass eigentlich, egal wo man jetzt was kauft und egal wo man hingeht, eigentlich wird überall eine Brand gebildet. Nur wir in der Landwirtschaft sind da vielleicht ein bisschen hinten nach. Also ja, das ist das beste Beispiel, um zu sehen. Ein gutes Auftreten, ein guter Slogan, ein gutes Logo, eine gute Homepage. Das macht sehr, sehr viel möglich. Wenn wir das nicht gemacht hätten, wären wir jetzt nicht sitzen und sprechen auf Mallorca. Und ja, dann wird es dem Hof wahrscheinlich auch, wäre etwas anderes damit passiert. Also ja, oft sind kleine Inputte und kleine Visionen schon viel wert, um daraus dann wieder weiterzuspielen und zu sagen, okay, jetzt ist das möglich und dann machen wir das. Und man muss halt irgendwo beginnen und auch den Mut haben und man muss natürlich auch der Mensch dafür sein. Absolut. Ich persönlich finde ja die Kombi eben von Branding und Kommunikation sehr essenziell, sehr wichtig, weil das halt eben auch nochmal die Möglichkeiten aufzeigt, dass das Feld der Möglichkeiten auch immer stets erweitert, weil im Wertedialog eben auch noch so viel Potenzial eben für neue Wege der Wertschöpfung enthalten sind. Und das ist etwas, was man immer langfristig betrachten muss, wo man aber eben genauso ein solides Fundament halt eben braucht, um auch dauerhafte Beziehungen halt zu seinen Kundinnen und Kunden, aber auch zur Gesellschaft aufzubauen. Weil das ist ja die größte Herausforderung der Landwirtschaft, hier eben auch immer mehr Bewusstsein in der Gesellschaft zu schaffen und den Wert der regionalen Familienlandwirtschaft wirklich auch in unserer Gesellschaft zu verankern. Und das schafft halt nur Kommunikation. Und ja, viele Betriebe stehen da halt auch an, kommen in der Kommunikation nicht weiter. Das Image der Bauern ist natürlich super, aber das Image der Landwirtschaft ist eher schlecht. Und die Lösung liegt da halt in der Kommunikation. Aber jetzt einfach so drauf loskommunizieren ist nochmal so eine ganz klassische PR. Muss man heute schon eigentlich Krisen-PR nennen, die eigentlich gar nichts mehr bringt. Das geht halt heute nicht mehr. Heute muss man sich erstmal fragen, wer bin ich eigentlich? Was will ich eigentlich? Wie will ich es verändern? Und dann eben neue Wege auch zu gehen, eine Marke aufzubauen und dann eben auch offen zu sein, mit den Menschen in ehrlichen Dialog zu treten. Und ja, das reizt mich am meisten, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist sehr spannend. Voll, was ich so auch an der Landwirtschaft so für mich am spannendsten finde. Weil, seien wir uns ehrlich, wir hätten alle was anderes machen können mit unserer Ausbildung, hätten in Branchen gehen können, wo wir viel mehr Geld verdient hätten, wo wir es vielleicht auch ab und an mal leichter gehabt hätten. Aber ja, Landwirtschaft ist eine Herzensangelegenheit, definitiv. Sonst würde man es nicht machen. Es ist schon ein schönes Thema und ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass es Landwirte gibt, die versuchen, das Ruder rumzureißen, die authentisch sind, wo auch die Vermarktung zu den Leuten, zu den Produkten passt, zum Hof. Und wenn man das schafft, dann gibt es auf jeden Fall gute Chancen. Also, man muss halt auch wissen, was man selber will. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Man muss glücklich sein mit dem, was man macht. Und dann zieht man auch Glück an. Und ja, wenn man Erfolg will, zieht man auch Erfolg an. Also, das ist auch so ein bisschen mein Lebensmotto. Und ja, das Wichtigste, was auch Militärfragmen ist, dass man auch einen guten Draht zu seinen Kunden hat. Was ich merke, also, es hilft mir jetzt auch nichts, wenn ich nur einen Selbstabrollungsladen habe. Könnte auch funktionieren, finde ich. Aber gerade bei uns merke ich einfach, dass die Nähe zu den Konsumenten einfach ganz, ganz wichtig ist. Und dass man auch ein bisschen ein familiäres Gefühl aufbaut. Also, das ist nicht zu unterschätzen. Man muss sehr, sehr viele Dinge berücksichtigen. Ja. Aber genau. Wenn man sein Ding macht und daran glaubt, dann meistert man das auch. Richtig. Ja. Hast du noch was auf dem Herzen? Am Herzen habe ich viel. Ich stehe da wirklich zu bauten Prozent dahinter. Und das ist mein Leben. Ich würde gerne mein Leben auch für den Rest meines Lebens dafür opfern. Und einfach das zu machen, was mir Spaß macht. Und auch ein paar andere Leute vielleicht zu inspirieren. Aber auch das Fleischthema wieder vielleicht ein bisschen positiver zu gestalten. Dass man einfach weniger Fleisch ist dafür vom Bauern. Und das ist eine sehr, sehr gute Qualität. Und ja, gerade bei uns auch. Wir wollen da wirklich viel machen. Und ja, mein Ziel ist es einfach, das beste Fleisch zu produzieren. Und mit den Möglichkeiten auch für die Tiere das beste Leben zu haben. Und dass die Produkte dann eigentlich wirklich unikat sind. Und dann sind wir auf einem guten Weg. Und da freue ich mich echt schon, wo die Reise hingeht. Also die Türen stehen dann auch offen, wenn man beginnt. Also man muss es nur abmachen. Das machen wir. Vielen, vielen Dank Nino. Es hat super viel Spaß gemacht. Und ja, ich freue mich auf alles, was bei euch noch kommt. Und wünsche euch das aller allerbeste. Und ich bin wirklich auch sehr glücklich darüber, dass es noch junge Landwirtinnen und Landwirte gibt, die wirklich diesen Beruf wertschätzen. Menschen, die nicht vergessen haben, woher wir kommen. Und die ein ganz klares Ziel, eine ganz klare Vision eben auch für die Zukunft haben. Und alle dabei mitnehmen wollen. Dankeschön. Ja, super gerne. Also mir hat es auch mega Spaß gemacht. Und ja, mein Ziel ist es auch mit dem Podcast, dass vielleicht auch ein paar junge Landwirte hören und auch weitermachen. Und vielleicht kann man da ein gewisses Netzwerk erstellen. Und dass Landwirtschaft wieder cool wird. Und dass man auf jeden Fall das machen kann und glücklich sein kann. Und im Endeffekt ist es ja auch fast das Wichtigste im Leben. Weil sie müssen sie da essen. Und das heißt ja auch Lebensmittel. Ja, genau. Ich würde mich sehr freuen, wenn einige junge Landwirte weitermachen und einen Weg für sich finden, wo sie auch glücklich sind. Dankeschön. Danke dir. Ciao, mach's gut. Ciao, ciao. Ciao. Das war ehrlich, wertvoll und direkt. Mehr Infos findest du unter www.ricardaberg.com www.ricardaberg.com